Musik Jetzt hast du schon einen kräftigen Bock. Zum Wohl, Herr Gnacklinge. Das ist schon eine runde Geschichte. Einfach ein gutes Bier. Natürlich stark, aber nein, das ist Andechs, der Bergbock hell. Ich denke, das ist schon so unser Premium-Klasse. Auf jeden Fall steckt ein Haufen Arbeit drin, erhöht der Rohstoffeinsatz. Das merkt man, glaube ich, schon. Ja, aber ich habe eine schöne Erinnerung. Sonntagabends habe ich gerne mit meinem Vorgänger, mit dem Abtodolo, eine halbe helle Bock getrunken. Entweder hat er die Abendmesskarte oder ich. Und dann haben wir uns noch getroffen. Und ja, der Tag abgerundet mit einem runden Bier. Ja, das stimmt. Denken wir auch super gerne als Feierabendbier. Oder auf einer schönen Feier. Der Montag wäre auch ganz gut. Ja, man kann ihn auch als Aperitif nehmen. Dann in kleinere Mengen. Aber er ist einfach richtig mundig. Und ja, ich glaube, ist schon einer unserer besten Biere. Auf jeden Fall. Und ich glaube, er hat eine super raffinierte Hopfennote im Vergleich zu anderen Poppieren. Das merkt man schon. Und wenn man den dann im Lagerkiller zwickelt, dann hat man keinen richtigen Malzaroma an der Nase. Unfiltriert gut, aber auch so. Und das ganze Jahr überhältlich. Das passt schon. Der passt echt super zu einem Dix. Super. Also, sowohl. Super. 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 Vielen Dank.